Hallo und herzlich willkommen auf der Bau, auf unserem Stand von Solalux. Mein Name ist Axel Maurer, ich bin Architektenberater und stelle Ihnen heute unser großformatiges Schiebesystem Zero vor. Zero besticht durch seine umlaufenden 34 mm Ansichtsbreiten, also sehr schlanken Aluminiumprofilen, die bei uns im Duktus wirklich umlaufend in den Anlagen befindlich sind. Zero wird nach der Deutschen Fensterbaudien gefertigt, sprich wir haben eine Glasfalz-Hinterlüftung, was für die großformatigen Schiebesysteme weltweit einzigartig ist. Wir sind zertifiziert bis RC3, haben also auch sehr hohe Sicherheitsstandards, die wir mit diesem System abbilden können und arbeiten von einer Einfachverglasung bis zu einer Dreifachverglasung, sodass wir auf alle Anforderungen reagieren können. Zero produzieren wir in Flügelgrößen bis zu 15 Quadratmetern, bei Gewichten bis zu 1000 Kilogramm. Wir sind 30.000 Testzügeln gefahren mit diesen Anlagen, bevor wir sie überhaupt auf die Marktreife vorbereitet haben. Im Zuge dessen haben wir spezielle Laufwagentechniken, genauso wie Schienentechniken entwickelt. Die Anlagen laufen auf Edelstahlschienen, die wir bei uns in der Fertigung und Entwicklung produziert haben, mit nahezu null Abrieb. All das bilden wir ab in barrierefreien Bodenschienen, sodass wir eben einen ebenerdigen Ausgang gewährleisten können. Ein weiteres interessantes Feature ist der im Rahmenprofil integrierte Insektenschutz, den wir bis zu einer Quadratmeterfläche von 3,5 Quadratmetern ausziehen können. Dieser verschwindet vollständig im Rahmenprofil und wird über eine Magnethalterung am Flügel fixiert. Wenn Sie sich selbst ein Bild davon machen wollen, besuchen Sie mich gerne auf der Bau und bewegen Sie die Anlagen selbst. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Zerrin Untertitelung des ZDF, 2020